Ein Team, was auf jeden Fall die vergangene Woche nicht mehr ins Spiel reingekommen ist, das sind die Carolina Panthers zu Hause gegen die Los Angeles Chargers. Die haben 26 zu 3 verloren und die Carolina Panthers tun das, was wir, denke ich, nicht so früh erwartet haben. Aber sie ziehen die Reißleine fürs Erste. Benchen Bryce Young, Andy Dalton kommt rein aufs Weitere. Der ewige Andy, Alter. Weil Bryce Young diese Offense anscheinend nicht richtig ausgeführt hat, um ihn noch einmal zu resetten. Bevor wir zum Spiel kommen, lasst uns doch erstmal über dieses aktuelle Thema sprechen. Was sagt ihr dazu? Richtiger Schritt, falscher Schritt? Generell, wie bewertet ihr das? Ich sag mal so, damit wir den Chargers-Fans nachher nicht auf den Schipps treten, reden wir auch noch zwei Sätze wahrscheinlich zum Spiel. Aber ich glaube, die Konsequenz aus dem Wochenende ist ja eigentlich das Benching. Und ich bin gespannt, ich bin einfach wirklich gespannt, was die Panthers halt vorhaben. Ich bin auch vor allem gespannt, was der Gedankenprozess dahinter ist. Das ist einfach, weil wenn du die letzten zwei Wochen anguckst und sagst, Bryce Young hat unter einem neuen Regime mit dem Quarterback Whisperer eine ganze Offseason durchgemacht. Wir haben Guards geholt, wir haben die O-Line verbessert, wir haben Receiver geholt. Wir haben ja in der Preview gesagt, die haben ihr Team ja schon verbessert. Weil es ja auch nicht mehr viel, viel schlechter ging, aber sie haben es ja schon verbessert. Und wenn du einfach nach zwei Wochen diese Produktion vor allem offensiv hast, jetzt lass mal einfach weg davon gehen, dass sie auch auf der defensiven Seite die ganze Zeit quasi weggeprügelt werden. Aber auf offensiver Seite, meine Damen und Herren, ich hätte nicht gedacht, dass ich mit unserem Fan-Dasein noch Mitleid mit einem anderen Franchise haben könnte. Und das ist halt wirklich de facto der Fall, weil das, was die Carolina Panthers offensiv dargestellt haben, und die verunsichert halt. Und ich weiß noch nicht mal, ob Bryce Young, ich weiß, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß bis jetzt noch nicht mal, ob Bryce Young schlecht ist oder ob einfach dieser Umstand, in dem der da zu arbeiten hat, einfach so maximal schlecht ist, dass du es einfach nicht kaschiert bekommst. Und dass dann das Ergebnis auf dem Platz ist, als er diesen Sack da, also dieses Play, das wird jeder vor Augen haben, als er so nach links rausrollt, versucht immer weiter das Play zu extenden, wo jeder schon eigentlich sagt, wirf weg, wirf weg, wirf weg, wirf weg. Und er wartet, bis er von drei Leuten überfahren wird, ist für mich das maximalste Play, wo du einfach auf einen Menschen guckst und siehst, Panic Mode. Was ist Panic Mode? Und er möchte in dem Moment noch irgendwas machen, weil er weiß, ich stehe mittlerweile mit dem Rücken irgendwo zur Wand, weil ich halt eine hohe Last auf mir mit diesem First-Overholding-Lasten habe und dem Trade und so weiter. Das tut mir einfach nur noch leid. Ja, also die Panthers haben in den letzten zwei Spielen 13 Punkte gemacht, das ist der schlechteste Start in Franchise-Historie. Gleichzeitig haben sie 73 Punkte zugelassen, das ist auf defensiver Seite der schlechteste Start in Franchise-Historie. Also du hast in der Off-Season viele Moves gemacht, sicherlich von der Defense ein paar Assets weggenommen, hast jetzt noch Derrick Braun verletzt und auf die Offensive gepackt, aber aus irgendeinem Grund sieht die Offensive schlechter aus als letztes Jahr. Katastrophe. Und du hast eben, wie du gesagt, du hast den Quarterback-Risper da, du hast neue Receiver, du hast die All-End verstärkt und das geht nicht klar. Also Jay Gruden war letztens in einem Podcast bei 33rd Team und da haben sie ihn gefragt, hast du irgendwas bei Bryce Young gesehen bisher in deiner NFL-Karriere? Und die Antwort war einfach nur, nein. Also wenn du dir das Spiel anguckst und das Tape anguckst, da sind Reeds frei. Der Mann war nur 13,8 Prozent der Snaps under pressure. Das ist, glaube ich, die zweite oder dritte niedrigste Rate. Also man kann es nicht mal darauf schieben, dass die O-Line nicht da ist. Die O-Line hat absolut gehalten gegen eine Defensive Line mit Mack und Bosa. Also der Bryce Young ist meistens in die Pressure selber reingelaufen, die er bekommen hat. Ist dann auch noch zweimal gesackt worden, glaube ich. Also du kannst es, die O-Line ist besser, du kannst es nicht mal drauf schieben. Du hast einen besseren Scheme, das wissen wir. Du hast einen Receiver-Upgrade bekommen. Und erinnert euch an letztes Jahr, da war Bryce Young mal verletzt, Andy Dalton kam rein und die Offense hatte sofort eine viel höhere Baseline. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum du diesen Move machst. Du benchst jetzt Bryce Young, tust Andy Dalton da rein und guckst, ist es Bryce Young oder haben wir vielleicht doch eine bessere Baseline geschaffen, weil Andy Dalton dann dieses Team besser aussehen saß und du kannst zumindest im Front Office sagen, ey, die Upgrades auf O-Line, die Upgrades auf Receiver waren alle richtig, wir haben nur einfach den Quarterback nicht getroffen und dann kannst du deine Losses cutten, sagen, ey, wir haben hier eine falsche Evaluation gemacht und dann kannst du weitermachen. Also Props doch an Kanales, dass du nach einem zweiten Spiel als Headcoach, als junger Headcoach, einfach sagst, ey, sorry, das funktioniert hier nicht, ich muss hier eine Offense callen, und du exekutest die nicht. Ich bench dich ja jetzt, mal gucken, ob du es irgendwann wieder hinkriegst, aber das reicht gerade einfach nicht und das ist meiner Meinung nach der absolut richtige Move. Also generell, ich glaube, es ist ja immer die große Debatte, wie gehst du damit um, lässt du wen spielen, lässt du wen nicht spielen, etc. Am Ende sind wir uns ja auch immer wieder einig, jede Quarterback-Situation muss individuell angegangen werden und das, was gerade bei Bryce Young passiert, ist auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt und ich glaube, dass man dahingehend schon sagen kann, es ist ein besserer Schritt, ihn einfach gerade vielleicht rauszunehmen, weil alles, was, wenn du jetzt das evoluieren willst, was du gesehen hast, sagst du, erst kein Ende war der Quarterback, so. Und wie lange willst du das noch gehen lassen, wie lange willst du diesen Weg noch gehen und ihn dann praktisch komplett verbrennen? Vielleicht ist es jetzt der bessere Weg zu sagen, okay, du nimmst ihn zurück, benchst ihn, wo ich jetzt zum Beispiel nicht der Fan von bin und sage, das bringt richtig was, aber vielleicht ist es der beste Schritt für, also nicht für alle, aber vielleicht ist es der beste Schritt hier für Bryce Young. Du hast gerade eben gesagt, viel Pressures gab es insgesamt nur bei ihm, zwei Sacks aber daraus, also 50 Prozent Pressure to Sacrate. Es ist generell, ich glaube auch da nochmal, Dave Canales hat halt diesen Titel bekommen, des Quarterback-Gurus, Baker Mayfield ist fein, ohne den, die Buckingham geht es gut ohne Dave Canales. Also wird bestimmt ein guter Offense-Koordinator sein, aber Stand jetzt können wir auch nicht die Story overblown, dass Dave Canales der Macher von Baker Mayfield und Gino Smith ist. Gino Smith und Baker Mayfield sehen sehr gut aus, ohne Dave Canales. Und das ist, glaube ich, das ist dann aber auch Confidence in dich selber, die du zurückbegoren hast und so, das kannst du jetzt so nicht sagen, glaube ich. Aber wir können auch nicht sagen, dass Dave Canales 100 Prozent der Quarterback-Flüsterer ist und dass der so einen Riesenanteil daran hatte. Also die Offense hat sich ja, und die Offense jetzt bei Bryce Young called, die funktioniert nicht. Also du hast keine Garantie mit Dave Canales, dass es funktioniert und wir haben auch nicht die 100-prozentige Sicherheit, dass Dave Canales auch den Riesenfaktor in diesen Geschichten hatte. Ich stelle meine These auf. Ich will nicht sagen, dass es nicht so ist, ich will aber auch nicht sagen, dass es so ist. Ich finde, dass man ihn dann so betitelt hat und sagt, keine Ahnung, ich habe zwei Quarterbacks, die diesen Titel durch ihn bekommen haben oder unter anderem, Becker Mayfield sieht sehr gut aus ohne ihn. Gino Fluss sieht sehr gut aus. Becker Mayfield spielt jetzt in einem geilen Scheme aus einem Shanahan-Deciple und Gino Smith hat dann auch ein sehr, sehr gutes Team um sich herum gehabt nachher. Also klar. Ich habe zwei... Noch eine kurze Frage in den Raum stellen. Was glaubt ihr denn? A, sehen wir ihn wieder dieses Jahr als Starter? Klar, 100 Prozent. 100 Prozent. Lass Andy Dorten mal zwei, drei Spiele gewinnen. 100 Prozent. Das war wieder diese... Alles gut, ich nehme diese Antworten. Diese Jan Weinreich-Antwort auf eine Frage, die vielleicht zwei Antworten hat, einfach 100 Prozent ja. Dann 50 Euro lege ich jetzt hier um die Mitte rein, 100 Prozent spielt Bryce Young, die ist ja wieder als Starter. Ja, ist so. Monetärer Double Down. Nein, aber ist so. Das Argument wird valider. Das ist ja, weil ich da so 100 Prozent hinterstehe. Für die Panthers? Für die Panthers? Ja, 100 Prozent. Das ist ja, glaube ich, eine Sache, die man bei der aktuellen Verletzungshistorie von Quarterbacks und so, über die wir haben, kann ja sein, dass der Mann vielleicht irgendwo hingebracht wird. Hör auf, ich weiß jetzt schon, was du machen willst. Das war gestern auf Twitter. Aber wen nimmt den denn? Wie, wen nimmt den denn? Auf Twitter gab es gestern, Mike McDaniel soll sofort anrufen. Ey, wenn du das jetzt machst, die Däufer sollen sofort anrufen. Ich so ein Scheiß, aber das ist ja auch... Also klar, wenn es so insane ist, dann wieder so eine Franchise wie die Panthers, die ja einfach diesen gesamten Trade oder diese ganze Situation nicht gut handeln. Aber wie argumentierst du das denn, dass du keine 17 Monate, 16 Monate, nachdem du für diesen Typen alles aufgegeben hast, ihn nachher für einen Drittrunden-Pick verschäffelt. Ich glaube es auch nicht. Also wenn du jetzt mal die Cardinals und Josh Rosen fragen, wie das verargumentiert wird. Bruder Punkt, aber die Cardinals haben es ja einfach alles auslaufen lassen, oder? Die Cardinals haben aber auch nicht alles aufgegeben für den. Oder haben den getradet nachher? Ja, gut. Aber du kannst auch nicht nur eine schlechte Entscheidung weiter hinterherlaufen, nur weil du dafür 80 Millionen ausgegeben hast. Ich sag mal so, das ist ja nicht fair, aber du musst das sitzen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist. Du musst irgendwann sagen, ey, wir haben hier eine Scheiße gebaut. So wie die Broncos auch, wir haben hier eine Scheiße gebaut. Das funktioniert nicht. Wir nehmen jetzt die 83 Millionen und haben den Dead Caps. Gleich musst du bei Bryce Young, du kannst jetzt nicht vier Jahre mit Bryce Young machen. Nein, das muss ich vier Jahre. Aber meinst du, du hast jetzt schon genug gesehen und alles dafür gegeben, dass du weißt, ob Bryce Young ein NFL-Quarterback ist oder nicht? Nein, Bryce Young hat... Okay, dann ich gebe euch einen Vorschlag. Aber es erinnert trotzdem nichts daran, dass wenn Sam Donnells da rausgeht und gut aussieht in drei Wochen, ein NFL weiter mit ihrem Quarterback-Verletzungstempo weitermacht und dann irgendwer sagt, ey, ich schicke euch einen vierten Pick rüber für jemanden, der im College von allen geglaubt war als sehr, sehr guter Quarterback, der nicht ohne Grund Nummer 1 overall gegangen ist. So, warum sollten die Panthers dafür nicht einen vierteren Pick nehmen oder was auch immer und ein anderes Team das Risiko eingehen, vielleicht doch, wenn du ihn aus der Situation rausholst, zu befreien und vielleicht hat er doch irgendwo anders Erfolg. Ich mache einen Call. Ich glaube es nicht, aber es kann ja sein. Ich weiß, was die Panthers machen. Glaub ich nicht. Guck mal. Ich glaube, das ist ein auch teilweise kalkulierter Move, weil nächste Woche fahren sie zu den Raiders, dann kommen die Bengals, dann fahren sie zu den Bears, dann kommen die Falcons. Also vier Gegner, bei denen du planen kannst, ey, bei jedem Gegner sind Defensivkaliber dabei, die dir einfach wahrscheinlich fürs Eingrooven, auch so komisch, dass es in NFL-Terms sich andern mag, nicht so die optimalsten sind. Nach diesen vier Spielen spielen sie Commanders, Broncos, Saints, Saints, sorry, Saints, ihr seid gut, und die Giants. Heißt vier Spiele, wo ich sage, drei davon müssen für einen Quarterback solide machbar sein. Ich würde an Panthers Stelle einfach hingehen, jetzt drei, vier Wochen Andy Dalton das Ding regeln lassen, gucken, ob die irgendwie 2-2, 1-3 mit dem gehen, keine Ahnung, was auch immer, ist eh egal und dann gehen die Commanders, Bryce Young nochmal reinwerfen, mir das vier Wochen angucken, ob er es gegen die wahrscheinlich schlechteren Defenses, irgendwie, ob da dann ein Faktor da ist, wo du sagst von wegen, ey, hier ist der Progress, hier klickt so langsam, er checkt so langsam die Sachen und danach hat er nochmal einen bisschen einen tougheren Stretch, dann guckst du dir das halt an, ob es gegen bessere Teams klappt und wenn nicht, kannst du dann in der Offense, ja, dann kannst du in der Offense, ich glaube, wenn Andy Dalton gut spielt, sie sieht, bei Sanders fällt dieses Jahr nicht mehr. Das ist halt auch meine Befürchtung, leider auch, in der Realitätswelt glaube ich nämlich auch, dass das passieren wird, aber, Woche 17, 18 steht der Safe auf dem Feld, wenn die aus den Playoffs eliminated sind und Andy Dalton spielt gut, steht der Woche 17, 18 als Start auf dem Feld. Also wie gesagt, meine Empfehlung ist, macht's ab Washington, ich glaube, Playoffs eliminated sind, als ob die das erst in Woche 17 sind, sorry. Ja, aber du weißt, was ich meine. Und da bin, Vielen Dank.